Will on me is da. Schon lange habe ich mal ein Video gemacht. Ja, ihr seht es richtig. Das Querformat irritiert mich immer wegen der Kamera. Will on me und Peaceful in a Button. Genau. Ja, sie ist nicht in Deutschland. Sie ist gereist nach Österreich, um mich zu sehen. Muss ich dir aber sagen, Respekt, dass du mich wirklich live sehen wolltest. Ja, ja, ja. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht so verschreckt, wie alle anderen behaupten. Überhaupt nicht. Entweder bin ich zu hart im Nehmen oder du bist zu harmlos. Ja, also. Ich habe schon schlimmere Leute gehabt, wo ich gesagt habe, oh. Also, das halt einmal zu dem Thema. Respekt, dass du mich aushaltest. Ja. Weil, wenn man ja nach den Kommentaren oder Videos geht, was ja von mir gemacht werden oder gemacht wurden, bin ich die schlechteste Person im ganzen Universum. Ja, bin ich. Ja, mein Hirn braucht länger, weil wir machen die Videos eigentlich zu schlafen Zeit. Ja. Aber wir brauchen ja eins, zwei Videos für euch. So ein bisschen als Andenken, ne. Erstens das und auch als Beweis. Weil Fotos kann man ja auch stellen. Keine Fotos, keine Fotos. Bitte. Was wir gemacht haben. Ja. Ich habe der Kerstin ein paar Sachen gezeigt in Wien. Nicht alles. Es war einfach die falsche... Zeitpunkt. Falscheste Zeitpunkt. Falscheste Zeitpunkt für die Reise. Ich meine, ich habe mich uhr gefreut und freue mich immer noch. Aber... Du hast mich bemüht. Ja. Hut abend. Gehen und versuchen. Und ja, etwas halt über den Prater zu erzählen geht nicht. Am besten hätte ich meine Rollator gekauft, wo ich sitzen kann und sie hätte mich geschoben. Ja. Ich glaube, ich wäre das Beste gewesen. Ich habe mich bemüht. Wir sind heute auch ins Bauhaus gefahren. Ich hätte gesagt, mach ein Bild. Haben wir es selber. Mach ein Bild. Mach ein Foto jetzt. Mach ein Foto. Genau. Lustige Geschichtel haben wir auch für euch. Das erste Geschichtel war, wie entwerte ich einen Wertkarte? Fahrschein. Die Nachstellung ist ja jetzt... Nee. Das kann man gar nicht nachstellen. Nur die liebe Tamara, beziehungsweise ich... Bin ja ich. Ja, okay. Ich habe schon lange keine Videos mitgedreht. Ja. Ja. Aber ich hatte außer Übung. Ich habe vergessen, die Kamera zu zücken, weil die liebe Kerstin, ich habe ihr das gemacht, ausgedruckt, nicht ausgedruckt, sondern gezeigt, was ich machen muss. Sie hat die Fahrscheine genommen. Ich habe gesagt, schau, da ist ein blaues Ding. Zicklerautomat. Und sage ich, du musst das jetzt bitte entwerten. Und sie schaut mich an. Was soll ich? Ich entwerte den Fahrschein. Und sie schaut den Fahrschein an. Ich versuche es ein bisschen ungefähr nachzumachen. Schaut den Fahrschein an. Schaut das Ding an. Und macht dann so. Und ich sage, was machst du da? Wie geht das? Dann habe ich sie zu mir gelockt. Dann hat sie den Schlitz gesehen. Und ich sage, da bitte entwerten. Was muss ich machen? Dann sage ich, reinstecken. So, rein. Doing. Kennt jeder Wiener, wenn er einen Fahrschein zwickt. Doing. Und ich sage, bitte wieder rausnehmen. Hört dich irgendwie wie ein Pornwahn, oder? Nein. Steck rein jetzt. Steck. Wird sie rauskommen. Ja. Aber wirklich, sie ist so gestanden. Was mache ich jetzt mit dir? Was mache ich? Da hast du wirklich den Kopf gesehen, wie der anfängt, so zum Rennen, weil sie im Moment nicht gewusst hat, was sie da macht, ja? Ich so, das sind die 90-Jährige. Kannst du mir mal helfen, junger Mann? Ich muss nicht, dass ich... Das war mal Geschichte eins. Ja. Ja. Geschichte zwei ist ja noch besser. Ja. Reite mich mal rein. Sie fahrt jetzt nicht mehr mit dem Bus zurück, weil das ist unzumutbar. 18 Stunden von 8 Uhr weg. Und erst dann... Ja, dann vielleicht noch Stau. Rechnen wir 20 auf den Freitag. Also bringt nichts. Sie fahrt halt mit Zug zurück. So. Wir sind am Praterstern gefahren, weil online wollten wir das nicht. Wir haben zwar geschaut, aber sind sicher jetzt halt bei Praterstern gefahren. Sind dann... Sind dann in die U-Bahn gestiegen. Eine jüngere, also in unserem Alter ist da gestanden. Ich bin da gestanden und bei der Stange ist die Gerste gestanden. Ja. Ja. Und da, die Frau da und die... So. Und da, bei der nächsten Station ist eine ältere Tame mit Rollator gekommen. Den hätte ich hier wegnehmen sollen. Dann hätte ich eigentlich... Die fahrt zu der einen hin und tut sie eigentlich wegschubsen. Und wegrammeln. Ja. So wegrammeln. Ja. Dass sie dort hinkommt und die Dame neben der Kerstin, die hat sich dann zur Kerstin gestellt, hat gesagt, so in der Art reden ist ja auch schon unmodern geworden. Oder nicht mehr in. Oder nicht mehr in. So. Und ich schau die Kerstin an, die Kerstin schaut mich an. Und dann kommt sie halt so zu mir und ich komme halt so zu ihr und dann fragt sie mich, reden die tschechisch oder spanisch? Das war mal schon der erste Lachflash. Sag ich, das ist wernerisch. Und sie, aha, okay. Und... Und... Es sah... Und... Dann... Dann hat die ältere Dame hier noch rumge... Oh Gott, wieso muss ich was sagen? Man sieht mir so an, dass ich alt bin oder sowas. Ja, so in der Art. Selbstverständlich so. Ja, ich komme noch dazu hin. Dann schaut's doch nicht ins Handy. Und sie hat... Die andere Dame hat dann halt gesagt, so auf die Art, wenn sie sagen, liebe Frau, komm doch hin, dann hätte ich ihnen einen Platz gemacht. Aber... Ihr wisst, wie wir Wiener sind. Die Wiener sind einfach krankig. Das war dann das nächste Thema. Ja, das war das Thema. Als Michi zu mir sagte, ja, das sind wir Wiener, unhöflich. Na, da hat sie die alte aber erst mal getickert. Ja, weil da bin ich so früh losgegangen. Was heißt das denn jetzt? Ja, sind sie... Äh, finden sie, dass ich unhöflich war? Ja. Und ich schaue sie an. Denk mal, was will sie jetzt von mir? Und ich sag, äh, ob sie unhöflich sind oder nicht, interessiert mich nicht. Ich erkläre gerade meiner deutschen Freundin, dass sie eine Wienerin sind. Ja. Wiener sind unhöflich. Die versteht nur Bahnhof, hast du gesagt? Ja. Ja. Sie wollte wissen, um was es geht und sie versteht das nicht, weil ihr tschechisch redet. Ja. Und dann habe ich leider Gottes dann noch darauf gesagt, wie sie gemeint hat. Na, finden sie das unhöflich? Sag ich, mir ist das eigentlich ziemlich egal. Weil Wiener sind unhöflich, ich bin auch Wiener und bin auch nicht höflich. Kommt drauf an, wie man zu mir ist. Aber ja, das war Punkt 2. Dann sind wir noch in der U-Bahn, habe ich ja halt ein bisschen von Praterstern erzählen. Und da habe ich halt auch gesagt, dass da halt so ein paar Leute verrückt sind. Ein gefährliches Pflaster. Ein heißes Pflaster. Da habe ich gesagt. Und es kann schon mal sein, dass da auch Messe im Spiel sind. Und da habe ich schon gesehen, aha. So. Der Blick. Können wir wieder fahren? Na ja. Dann sind wir zur U-Bahn gegangen und haben das Ticket geholt. Habt ihr Zug morgen? Ja. Dann sind wir, habe ich beschlossen, spontan, dass wir durch den Prater gehen. Weil wenn man durch den Prater geht, kommt man ja zu mir. Ja, das war schmerzhaft. Ziemlich schmerzhaft. Wenn du eine Spritze bekommen hast, die dann nicht wirklich so wirken kann, wie sie wirken sollte, wenn du gehst. Aber ich habe es halb geschafft. Ach. Dann hast du ein paar Bilder gemacht, dann haben wir Figuren gesehen. Dann so ein komisches Trading, das hast du auf Instagram gepostet, oder? Meinst du dieses Karussell? Ja, war... Das habe ich einem Bekannten geschickt. Das habe ich glaube ich noch nicht gepostet, ne? Ja. Wird sie wahrscheinlich oder auch nicht, aber ist ja wurscht. Guck ich mal. Ja. Und ja. Es war lustig, lustig. Ja. Die Straßen, die fallen ihr nicht. Wegen den Humpel, Humpel, Humpel. Bumpas sage ich immer dazu. Diese Bump. Ja. Ich habe achtmal versucht, diese Straßenbahn aufzunehmen und habe dann immer irgendwelchen Himmelskörper oder so oder das Cockpit hier vom Auto gehabt. Ja. Aber so. Millennium Tower City hast du dir ein bisschen angeschaut. Donauufer war ich ja. Auch ein bisschen geguckt. Nicht jetzt spazieren gegangen, aber das... Aber angeschaut. Ja. Mit so einem Rücken ist das ja auch doof. Ja. Ich habe mir vorgenommen auf jeden Fall nochmal wieder zu kommen. Ja. Und ich habe gesagt, Millennium City kennt ihr, was jeder, der in Wien wohnt, dort wo der Felber ist, kann man ja rausgehen und rauchen. Und ich habe gesagt, dort gehst du jetzt bitte hinaus und rauchen, gehst du ein Stück vor, dann siehst du die Donau. Ist ein Stück weiter vor. Dann siehst du die Donau und rüber in den 22. glaube ich. Ja. Oder als Donau Stadt oder so. Ja. Brötchen hast du gegessen. Semmel. Semmel. Ja, das war auch noch so ein Ding mit den Semmeln und den Leberkäse. Ja. Brötchen. Ich gucke mich an. Das ist ein Brötchen. Ich habe kleine Brötchen zu Hause. Ich sage, du wolltest auch Leberkäse mit Brötchen essen. Ja. Wir waren beim Spa, wie wir heimgekommen sind, wie ich sie abgeholt habe. Da habe ich gesagt, wir müssen zum Spa. Wenn du auf etwas St. Gusto hast, solltest du es mitnehmen, weil ich habe keinen Cola, ich habe keinen kalten Kaffee, weil ich das Zeug ja eigentlich nicht mehr trinke. Warum eigentlich trinke ich es nicht mehr? Schau mal nicht mehr filmen. Immer nicht mehr. Ja. Ähm. Hatte gleich einmal eine Einkaufsrunde gemacht, weil das macht ja jeder für uns. Ja. Ich bin aber nicht auf 23 Minuten gekommen. Ich muss da noch irgendwas zwischen quetschen. So heimlich. Wir haben welche Wiederholung gesehen, dass ich auf 23 Minuten koche. Äh. Und dann habe ich gefragt, ob du einen Hunger hast. Äh. Ich habe mir dann eine Leberkässemmel bestellt. Und dann hast du auch gesagt, den Leberkäs. Äh. Wie wir dann rausgegangen sind von Spa, schaut sie mich an. Hast du Semmeln? Und ich denke mir, nein, wenn du welche willst, musst du die welche holen. Und sie schaut mir an, nein, du wolltest ja lieber Kässemmel. Und ich schaue so an und sage, ja, die sind da drinnen. Naja, aber keine Semmeln. Ich sage, oh ja. Oh ja. Und sie ist ja schon fertig. Ja, weil ich den Dialekt nicht verstanden habe, dass die jetzt schon das mit dem Brötchen fertig machen. Ich dachte, du nimmst nur diese Scheiben mit. Nein. Nein. Hast du nicht zugeschaut, wie es das bearbeitet hat? Okay. Ich fahre mit meinem Einkaufsholmisch. Ja, also, ja. Es sind lustige Sachen passiert. Ja. Wir haben auch viel unterhalten. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Mit Noto, also, was sagst du? Alltagsbesorgung für dich, weil für dich ist das ja kein Urlaub. Du hast ja trotzdem dein Real Life. Ja. Paket abholen, einkaufen. Aber ich glaube, wenn sie das nächste Mal kommt, geht sie sicher in ein Hotel in Wien, weil sie will nicht um die Uhrzeit aufstehen. Nein. Da habe ich Urlaub und für nach sechs aufstehen und fertig machen. Scheiße. Und das morgen auch. Ja. 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 Ja.